Ich wünschte, ich konnte ihn einfach vergessen. Ist lustig, oder? Wie man das immer sagt, obwohl man es eigentlich gar nicht meint. Wie? Naja. Kennen Sie American Pie von Madonna? Oder von One Direction, All You Need Is Love? Totale Quatsch-Cover-Version von perfekten Songs. Kein Mensch will es hören. Und was meinen Sie damit? Na ja, wenn man einmal das Original gut fand, dann kommt halt nichts Besseres mehr nach. Hatten Sie schon einmal einen perfekten Song? Nee, ich hatte leider nur einen ganz schlechten Schlager mit einer total verkackten letzten Strophe. Und was ist passiert? Na ja, wir waren irgendwie viel zu jung, große Liebe, tralala, wollte zusammenziehen, na ja. Und dann? Ja, dann haben wir eine Wohnung gefunden und als wir den Mietvertrag unterschreiben wollten, ist er nicht aufgetaucht. Und ständig da, nie wieder was von ihm gehört. Was? Was? Ja, ein bisschen so der oberflächliche Typ. Und seither haben Sie nie wieder miteinander gesprochen? Nie. Ich wollte ihn auch einfach nur noch vergessen. Von. Ja. Ow. ... Untertitelung des ZDF, 2020